Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Lucius. Papa will mit uns reden, aber was will auch von uns? Hallo, Papa. Das hast du sehr gut gemacht, nicht wahr? Meine Güte, du machst mich stolz. Aber ich muss dir ein paar mehr, sagen wir, oder subtilere Künste beibringen, die du einsetzen kannst. Trainiere deinen Geist, um Objekte nach deinem Willen zu bewegen. Hier, lass mich dir zeigen, wie. Ich sehe nichts. Okay, ich habe zwei ausgewählt. Zeige mit dem Mauszeiger auf das Spielzeug-Auto. Du kannst das Objekt jetzt mit der Maus bewegen. Drücke jetzt zusätzlich und halte Maus 1 zu 2. Oh Gott, rücken das Auto hin. Sehr gut. Das ist echt nicht so einfach, ey. Wir haben gerne mal die Birne da raus. Ah. Nochmal die Birne da weg. Ich sehe nichts. Kiste. Verdammt. Das ist echt nicht einfach. Oh, ich stelle mich wahrscheinlich auch einfach nur ein Gramm blöd an. Ich kann mich, wenn ich das benutze, irgendwie auch nicht bewegen. Nein, jetzt klemmt das da zwischen seinen beiden fest. Na toll. Papa, gib mal das Spielzeug-Auto wieder her. Danke. Was ist los? Ah, ich kriege die Krise. Aber vielleicht passt das jetzt. Dem eindeutig noch zu wenig Energie. Das ist echt schade. Ich bin ein Stück. Ein Stück. Da ist der Tatatata. Was ist das Scheiß? Den geht's in die Kiste. Oh mein Gott. Nach drei Stunden? Wow. Danke, Baba. Ja, ich kann dann, ich kann noch Objekte zerbrechen. Aber hab keine Gnade. Geh, klar, Papi. Kannst du mich verlassen. Erinnert mich auch. Wo war denn das nochmal? Weiß ich gerade nicht. Das war auch irgendwie aus irgendeinem Film. Alles klar, Papi. Kannst du mich verlassen? Wie sah es eigentlich die Kerze aus? Habe ich dir erlaubt auszugehen? Wir müssen doch hier ein viel besseres Flair machen. Warum habe ich da eine Fruchtfliege im Wachs? Ah, mit einer Kerze ist das doch alles hier gleich viel romantischer. Ist das eine halbnackte Frau? Jetzt erst auf. Okay, so unser nächstes Ziel ist scheinbar der besoffene 4. August 1972. Schwere Musik. Ah, ha! Vorgegriffen. Was sieht aus? Guten Morgen! Ach, wie lebensbejahend für jedes Mal aus dem Bett steigen. Ne, unglaublich. Immer die gleiche Kacke. Ein Ball. Ich glaub, wir sollten mal ein bisschen die Bühne aufräumen. Nach wie ein Gericht für uns war. Oha. Was ist das für sowas dabei? Ist das für das? Ausarbeit 10%? Was ist denn für ausarbeit? Was ist das für die Hausarbeit? Was sind für die Hausarbeit? Ich bin im Nebenstatus 30%, was auch immer. Ich habe mir die Autos dann eingesetzt. Hm. Ich hole jetzt meine Wälder weg, weil er stört. Wälder. Im Status? 50%? Ah, vielleicht kommt der Ball ja da rein. Blöder Ball. So, was ist das? Alles mal anfangen. Truhe... ...dinger... ...und die Sprengung draus. Ich weiß auch noch, wo man pizzt beim... Hm, ja eigentlich ist ein Spielzeug-Plätzchen. Ich muss das auch aufgeräumt werden. So ist er da noch aus. Ich komme tatsächlich nur die Holzleute. Ich dachte noch eins. Hm, ja. Ja. Warum sitzt Teddy eigentlich hier draußen? Warum haben wir da Kissen? Ach, wir können aber schön zeichnen. So. Oh, oh, oh. Mein Zimmer aufräumen. Oh, wir haben unser Zimmer aufgeräumt. Das war schon mal ne Aufgabe. Oh. Was ist denn? Warum ist da die Tür offen? Hm. Hm. Das verriegelt. Warum ist das verriegelt? Ja, gar nicht. Hat schon Sauwetter da draußen. Wenn ich würde mich aufgerissen. Bestimmte Gene. Oh, ne Sau. Oh! Hallo, Mama. Ja. Warum redest du ohne was zu sagen? Machst mir Angst, Mama. Was ist das? Aha. Ja, wir sind so ein bisschen kleptomanisch veranlagt. Alles, was interessant aussieht, nehmen wir einfach mal mit. Ist ja echt das Badezimmer. Das wird immer noch nicht rein. Das ist okay, ja. Wie mir einer die Stromrechnung nicht bezahlt, oder sind die Stroh... Habe ich eigentlich den Winterginskirchen noch? Ja. Da hat ein Scheißdinger schon mal gerade hingehängt. So. Schluss mit Lust, okay. So, ist los Meister Wampel. Ah, wir kommen weiter. Das ist ja cool. Warte, wir haben doch eine Map. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir sind quasi kurz davor. Oh, ich muss ganz dringend aufs Klo. Meister? Ah. Ah. Unfreundlicher Humpel. Was sind wir bei den Gin eigentlich? Oder vielleicht hast du bei den Gin eigentlich noch was gemacht? Okay. Okay. Flurry. So. Zimmer aufräumen. Was macht denn der da? Ah. Ah, jetzt auch. Ah. Hausmeister Ivor. Er ist immer betrunken. Er würde es gar nicht merken, wenn ich seine Pläne errede ich einmal. Alles klar. So. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Irgendwann war der auch gar nicht checkt, dass das... Ich habe einen Bleistift und ich werde ihn benutzen. Was? Nein, das ist kein Schraubenzieher, ich schau mal so aus. Mach das bitte, Mama, aber geh mal weg. Ich will den jetzt mal rein auf und zu machen. Ich kann das so nicht mehr ausführen. Wir sind hier gerade endlich so viele Leute. Es ist alles in Ordnung. Hoffentlich ist es anzuschauen. Pilophiler Ekelsack. Das kann so nicht benutzt werden, aber wieso nicht? Ich brauche ein anderes Werkzeug. Ich bin hier nicht in Ordnung. Ich bin hier nicht in Ordnung. Ich bin hier nicht in Ordnung. Das ist eine Gülbirne. Kann ich denn nochmal meine Kräfte benutzen? Ich glaube, die kann ich hier noch über meine Kräfte benutzen. Ach, ich bin so ein Vollidiot. Ähm, jetzt kommt er wieder. Oh, die Glühbirne. Los, ab. Na gut, wenn der da gerade da rumwuseln, ist das schon, was wir hier machen können. Okay, jetzt haben wir jede Menge Schrauben. Ach, jetzt verstehe ich anderthalb Zoll Schrauben. Warte. Ich habe eine Schraubenschlüssel gestohlt, vielleicht sollte ich damit auf das zerschlagende Ordnung, ich sollte ihn irgendwie herrufen. Was ist der betroten, der Kerl? Ja, das ist ja auch hier. Spannend. Hallo. Ich muss mal die Zähne putzen. Ja, schmal mal. Mach ich gleich. Ich muss mal nicht mal gefrühstückt. Ach stimmt, Zähne putze ich mir eigentlich auch mal vor. Immer locker durch die Brüse atmen. Vielleicht kann ich jetzt so ein paar meine neuen Fähigkeiten einsetzen. Mama, Mama, du brauchst nicht mehr mit Papa über den betroffenen Handwerker reden. Der betroffenen Handwerker war. Und... Interessant. Erste den Dreh raus. Und der nächste. Ich sage es Ihnen ungern. Aber anscheinend war Ihr Handwerker stürzbetrunken. Irgendwann musste es einmal passieren. Ich wollte ihn nach den Zwischenfällen feiern, hab's aber nicht übers Herz gebracht. Nach den jüngsten Ereignissen ist es schwer genug, das Personal zu halten. Geben Sie sich nicht die Schuld. Das ist der schlimmste Fall von beruflicher Nachlässigkeit, der mir je begegnet ist. Das erklärt vielleicht, dass Gaslösch... Aber nicht den Tod im Kühlraum. Die Autopsie des Dienstmädchens ergab nichts. Aber momentan ist unsere Theorie, dass sie ein schwaches Herz hatte. Oder Kreislaufprobleme. So viel zu abwegig, dass das ein Kind machen könnte. 11. September 72. Messer scharf. Klingt ja auch sehr spannend. Wir müssen noch Zähne putzen. Das sollten wir vielleicht mal machen. Unser Zimmer haben wir ja aufgeräumt. Schau mal, gibt's irgendwie... Hallo Mama, gibt's irgendwie noch zum Badezimmer oder so? Hast du daran gedacht, dir die Zähne zu putzen? Ja, ich bin unterwegs. Machen wir das... Äh, hier? Wer ist Jet? Alter, hat Simi kein Geld für Licht oder was da oben? Okay, dann sind die Klampe. Ich suche eigentlich gerade ein Badezimmer. Oder gibt's nur unten eins? Bathroom, hier, steht doch. Steht doch da. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, denke ich, hier war diese Fixkreuze da aufgehängt. Ach, furchtbar. Ich finde das ein bisschen unpraktisch, dass das Toilettenpapier so weit vom Klo weg ist. Muss, muss mal hier Notfall und so, da muss man auch rankommen. So, einmal Zähne putzen, bitte. So. Wir nehmen Status 75%, sehr gut. Meine Zähne geputzt, sieht zwar nicht so aus, wir haben eigentlich nur die Zahnpüste nass gemacht, aber ey. Ein Wasserhahn, unglaublich. Was ist das denn? Ein Medikamentenschränkchen und der steht offen. Und wir waren's nicht. So, go, go. Zähne haben wir geputzt. Jetzt kann man mir auch nicht meckern. Was ist hier eigentlich? War eine Treppe. Wer ist Jet? Aha, im Kühlraum. Gut zu wissen. Wo ist es denn eigentlich? Boah, wenn du mir das nochmal sagst, bist du nicht auf meiner Liste her. Unglaublich. Okay, jetzt schau mal nochmal zurück. Ja, ist ja gut, dass immer irgendwer die Tür zumacht. Wer ist Jet? Wer ist Jet? Jet ist im Kühlraum. Was macht der im Kühlraum? Wer ist Jet? Ah, der Schlachter. Hallo Jet. Du bist der Nächste, wie es aussieht. Ich arbeite jetzt anbüßt und ich werde sie benutzen. Du weißt, dass du dich hier sein solltest. Jet. Fleisch hat Jet, er arbeitet hier mit Rumfleisch. Ich sollte mich irgendwie einmischen. Gute Sache, finde ich auch. Was können wir denn hier alles machen? Schön. Und wo du jetzt hier bist, kannst du diese Kisten zum Kühlraum bringen. Die sind nicht so schwer. Ich habe keine Zeit zu spielen, Junge. Welche Kisten dann? Welche Kisten dann? Die da? Okay. Dann bringen wir die mal in den Kühlraum. Was ist das denn? Auch schon in der falschen Richtung. Hallo Mama! Darf man jetzt eigentlich wieder in den Kühlraum? Also wenn ich Mutter wäre, ich hätte voll Schiss, dass wenn mein Kind da reingeht. Wow. Leere Kisten in den Kühlraum. Respekt. Müssen wir mal die Tür offen. Ist ja... Tut ja nichts zur Sache. Machen wir eigentlich immer die Scheiß-Türen. Geht's nur. Kiste. Ich laufe immer in die falsche Richtung. Ich will mal in die Doppeltür. Doppeltür zieht mich irgendwie an wie die Motte, das Licht. Ja, kein Problem, dass die Tür noch offen ist. Hausarbeit 85%. Was bringt das eigentlich, wenn wir die Hausarbeit voll haben? Mal ausprobieren. Sind ja... Sind ja gleich voll. Haha, zu wie ein russischer Elternabend. Propos zu wie ein russischer Elternabend. Hm. Wenn ich nicht Kopfschmerzen hätte. So, nächste Kiste. Jetzt Kopfschmerzen her. So. 95%. Dafür, dass wir komische Autos weggeräumt haben. Und jetzt die Kisten da rufen. Wie viele von den Kisten müssen wir denn jetzt da rüberbringen? Ist das... Ich fände das ein bisschen verstörend, also... Na gut, ich finde als Vegetarier arme tote Tiere, die rumhängen, ist sowieso nicht so pralle, aber... Hallo, das Kind, das ist ein Kind. Das sieht das ganze... Die ganzen toten Tiere und wie der Typ da... In deinem Zimmer wartet ein Geschenk auf dich. Boah, geil. Aber ich glaube, wir haben noch nicht alle Kisten. Gut, die müssen auch mit. Dann haben wir, glaube ich, alle. Können wir wenigstens behaupten, wir hätten was getan. Wir haben jetzt fertig. Ja, wir haben jetzt fertig. Wir haben den Open-Schliebrett gefunden gekriegt. Das sieht natürlich auch so aus. So. Dann haben wir das jetzt mal erledigt. Dann reden wir nochmal mit dem Typen. Hallo. Was kann man denn hier so alles angucken? Das sieht doch spannend aus da hinten. Warum können wir da nicht hin? Hm. Wo ist eigentlich unsere Mutter hin verschwunden? Wuschen, ob die was von uns gehört. Grenze gucken ist langweilig. Was ist das? Wie gehen wir doch die Kippen? Leute. Mama, bist du? Was ist denn? Kurze Hölle, sind wir hier überall eigentlich? Hä, dass ich das Haus nicht verläufst, hier ist ein Wunder. Was sind das hier alles? Was ist das hier? Noch ein Raum. Rezept schnell. Raum in den Raum in den Raum. Da können wir auch noch raus. Ja, das ist doch eigentlich gerade mit meiner Mama. Mami, bist du? Waschraum. Sehr cool. Wo schon wieder? Er kommt nur einmal die Woche und verdient doppelt so viel wie ich. Das ist so besonders daran, Schweine auszupassen. Es ist so besonders daran, Schweine auszupassen. Es ist so besonders, dass da ein Schwein auszupassen hat. Ich hatte diesen Namen. Ich hätte dich verblankt worden. Ich konnte gar nicht sterben. Ich konnte gar nicht sterben. Hallo, kleiner Mann. Das ist entsetzlich. Klingt, als seist du gestresst. Weißt du, dass du gestresst? Wenn ich Stress habe. Jazz. Jazz. Was ist denn? Ich weiß nicht. 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 Ich schnippe nur so einen Fackwitz fix. Ich habe nur einmal die Woche und verdient doppelt so viel wie ich. Was ist das scheiß Ding? Ich bin so besonders daran, Schweine auszuschlitzen. Ich bin sicher, das kann ich auch. Was ist denn? Hallo, Liebling. Rando. Das suche ich aber gar nicht. Alter, wo ist das denn? Das ist wohl das verrückte Labyrinth hier. Was war das denn? Die war kurz weg. Oh, das ist gruselig. Liatisch. Oh, hier wirst du. Hallo. Hallo, junger Herr. Hallo, junger Herr. Das suche ich aber auch nicht. Ich habe jetzt schon verlaufen. Boah, die Bücherei. Das ist ja voll cool. Was können wir hier so treiben? Warte mal hier drin wieder. Okay, dann kommen wir mal da zurück. Ganz schön großes Haus, ey. Ihr seid alle noch dran, aber jetzt nicht. Was können wir denn jetzt machen? Wir müssen den Typen irgendwie dazu bringen, dass der... Wir sollten vielleicht noch was verschwinden lassen, fällt mir gerade ein. Oder? Nee, müssen wir nicht. Okay. Ist hier erledigt. Geht das Klo jetzt wenigstens wieder? Was bringt das eigentlich, hier die Schubladen aufzumachen? Auch, dass so irgendwie alles da drin gleich aussieht. Nochmal Zähne putzen. Alles klar, nochmal Zähne putzen. Läuft. Einfach nochmal Zähne putzen, wenn wir es können. Wenn wir diese super Zahnbürste da bei uns haben. Naja, Mama ist jetzt irgendwie verschwunden. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Auch kein Bock mehr. Bei so einem Kind hätte ich auch keinen Bock drauf. Okay, dann kümmern wir uns halt erstmal um den Typen. Oder kommen wir inzwischen hier rein. Was können wir hier Spannendes machen? Außer in den Schweineteilen rumrennen. Wir müssen uns am besten auch noch festpacken, wie es aussieht. Gerade dann gehts das, was sie chlorine in die Welt. Na revolます die GWEND. Das war doch schüt expanding in den Schlügel. Ich sehne den Britannien. я total period um Krise zurück. Das ist Basilikum, CAM Leslie hat das. Können wir hier irgendwas beeinflussen? Ich versteh gerade nicht so ganz, was wir machen sollen. Ist okay. Da müssen wir erst so dem OG-Pad irgendwie verstehen, weil es wird uns auch gerade nicht wirklich angezeigt, was wir machen sollen. Ich geh jetzt mal kurz auf uns Zimmer und schon mal, was wir gekriegt haben. Vielleicht geht's dann auch weiter. So, jonglen wir mal zurück. Das ist nicht unser Zimmer. Das ist auch falsch. Da ist Unzunkel, das muss unser Zimmer sein. Da ist eine Treppe. Bin ich jetzt bescheuert? Da, da, warte, da lang. Ey, in dem Ding werd ich mich nochmal so verlaufen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Nee, warte, das stoppt so. Schnell da vorbeigelaufen. Da! Puh. 3, 2. Ah, jetzt sind wir im Zimmer. So. Das ist so. Oh, was haben wir denn gekriegt? Okay. Mein Schalter macht mich wirklich hell. Die Dunkelheit vertreibt mich schnell. Licht. Das hat's jetzt so wie vollgebracht. Hä? Jetzt kriegen wir ein komisches Ding. Das ist jetzt... Was machst du hier drin? Hast du, Jet, schon guten Tag gesagt? Ja, hab ich. Hoffen, mich die ganze Zeit drauf anzusprechen. Da krieg ich echt Zustände. So duster. Da müssen wir da lang. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Na ja, auch gut. Hauptsache, wir kommen da hin, wo wir hin wollen. So. Ich muss einfach mal das Licht ausmachen. Wo müssen wir dann? Licht ausmachen? Nichts leichter als das. Ist der Lichtschalter? Hey, Lucius. Ich muss hier weiterarbeiten. Ich weiß. Ja. Die Dunkelheit vertreibe ich schnell. Wo sind denn die Lichtschalter? Wir gehen den grad schon ziemlich auf ne Sack, aber... Hey, Lucius. Ich muss hier weiterarbeiten. Ja, das weiß ich auch. Jetzt hat die Klappe und lass mich gucken. Oh nee. Hab ich jetzt bescheuert? So. Hm. Das kann ich ganz, was ich machen soll. Dunkelheit vertreibe ich schnell. Alles klar. Ich muss sagen, Licht aus. Aber wie kann ich das beeinflussen? Was wird hier mit dem interrogator. Ich weiß nicht, was ich decisionen kann. Ja. Was zum Teufel? Wie ist denn diese Glühbirne explodiert? Wie soll ich denn ohne Licht die Säge benutzen? Hey, Lucius. Suchst du bitte ein paar neue Birnen für mich? Ich muss hier weiterarbeiten. Okay. Ah. Alter, ist das mies. Ähm. Wie komme ich denn jetzt an den Schalter ran? Hoho, alter Vater. Puh, das ist voll übel. Alter Vater. Boah, alter, 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 alter. Boah. Boah. Okay. Wir haben Judd guten Tag gesagt. Das ist jetzt ein Serienmörder. Die Lage hier ist absurd, Mr. Wagner. Und ich halte gerade das FBI zurück, eine Untersuchung zu starten. Ich stationiere einen Deputy beim Haus. Nur zu ihrer eigenen Sicherheit. Ich wünschte, ich könnte mehr als nur Unfälle darin sehen, aber mir fällt kein Motiv ein. Ich weiß nicht, wie jemand damit hätte davon kommen können. Wir werden das aufklären. Betrachten Sie das Haus einfach als abgeriegelt, bis wir etwas finden. Es war kein schöner Anblick. Der Kopf war in zwei Teile zersägt und überall war Blut. Diese außergewöhnlichen Unfälle hielten mich nachts wach. Vier Tote in vier Monaten. Alles scheinbar Unfälle. Aber ich hatte meine Zweifel. Es gab keine klaren Verdächtigen. Keine Motive. Keinen Grund, eine Untersuchung zu starten. An dem Punkt war ich mir nur einer Sache sicher. Es würde nicht aufhören. Damit hatte ich recht. Nach einem weiteren Monat wurden wir wieder zu dem Haus gerufen. Aber diesmal war es anders. Diesmal war es Mord. Was? Niemals! 15. Oktober 72. Gesunde Ernährung. Und was das bedeutet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Haut rein, Leute!